Seit mehr als einem Jahrhundert ist die Radiologie ein wichtiges Teilgebiet der Medizin. Von den ersten Röntgenstrahlen bis hin zu bildgebenden Verfahren wie der Computertomographie und der Magnetresonanztomographie ermöglicht sie immer genauer werdende Diagnosemöglichkeiten und bringt spätestens mit der Integration von Computeralgorithmen eine nie zuvor dagewesene Präzision und Geschwindigkeit in die Diagnostik. Manchmal hat man das Gefühl, dass es fast unethisch ist, diese Daten einfach liegen zu lassen. Künstliche Intelligenz ist auch in der Radiologie angekommen. Automatische Bilderkennungssoftware, das dritte Auge und eine Präzision, die immer besser wird. Aber wie funktioniert das eigentlich? Was bedeutet der Einsatz von künstlicher Intelligenz für die Mustererkennung und wie können erfahrene RadiologInnen mithilfe von KI-Software seltene Erkrankungen schneller und vor allem präziser diagnostizieren? Und wie ist das eigentlich mit den ganzen Daten? Wir schauen drauf. Herzlich Willkommen bei Der Charité Campus des Berliner Birchow Klinikums. Gegründet 1906 war es eines der ersten Zentren, welches in den Anfängen der Radiologie mit Röntgenstrahlen gearbeitet hat. Seitdem hat sich nicht nur auf dem Gelände viel verändert. Das weiß auch Katharina Erb-Aigner. Seit 14 Jahren forscht und praktiziert sie an der Charité. Ich habe ursprünglich in Wien studiert und war dann zwei Jahre in England und seit 2009 in der Radiologie der Charité. Ich habe ja natürlich wie viele meiner Kollegen auch viel Wissenschaft gemacht und mich im Bereich Kopf-Hals spezialisiert und dann zuletzt auch zunehmend auf das Auge und die Augenhöhle. 2016 habe ich habilitiert und 2020 ist dann, habe ich das Projekt RadioEye ins Leben gerufen. Okay, bevor wir näher auf das Projekt eingehen und uns anschauen, was RadioEye so besonders macht, nochmal einen Schritt zurück. Was genau passiert eigentlich in der Radiologie? Also der Kern der Radiologie ist sicherlich die Diagnostik, wo man mit bestimmten Verfahren die Erkrankung identifiziert oder erkennt. Oder es ist die Situation auch oft so, dass die Erkrankung schon bekannt ist und man möchte die Ausbreitung, das Stadium der Erkrankung bildlich darstellen. Da gibt es verschiedene technische Verfahren, da gibt es Röntgen, Computertomographie, Magnetresonanztomographie oder auch Ultraschall. Und dann gibt es noch das Feld der interventionellen Radiologie, wo man minimalinvasiv die Möglichkeit hat, die Erkrankung nicht nur zu diagnostizieren, sondern eben auch gleichzeitig zu behandeln. Minimalinvasiv bedeutet hierbei, dass medizinische Eingriffe mit minimaler Störung des Körpergewebes erfolgen. Das ist dann wiederum mit geringeren postoperativen Schmerzen, kürzeren Erholungszeiten und mit weniger Komplikationen während der OP verbunden. Also der Ablauf ist so, dass die Patientin oder der Patient zu seinem Arzt, zu seiner Ärztin geht. Das kann jetzt ein Hausarzt sein, das kann ein Facharzt sein mit einem bestimmten Problem. Meistens ist das ein Symptom und wenn der Arzt oder die Ärztin das Gefühl hat, der Radiologe kann das jetzt beantworten, gibt es eine Überweisung, wo eine Frage definiert wird. Also meistens ist das Frage nach Ursache der Symptomatik und der Patient kommt dann mit dieser Überweisung zu uns. Und wir überlegen uns dann, welche diagnostische Methode die richtige ist und wie wir diese Frage am besten beantworten können. Also, ein Patient oder eine Patientin kommt in die radiologische Abteilung und hat ein Symptom. Wie geht es dann jetzt genau weiter? Um einen genauen Einblick zu bekommen, begleiten wir Liel bei einem speziellen Fall. Aus Sicherheitsgründen durften wir im MRT nicht drehen. Dafür bekam der Patient später am Tag noch ein CT. Dorthin durften wir unsere Kamera mitnehmen. Heute stellt sich bei uns ein 65-jähriger Patient in der Klinik für Radiologie vor. Der Patient leidet seit ca. zwei Monaten an linkseitigen Kopfschmerzen und kommt jetzt mit einer Überweisung vom Hausarzt. Wir werden bei dem Patienten jetzt im Folgenden ein MRT des Kopfes durchführen. Vorab werde ich den Patienten über die Risiken des MRTs aufklären und einen venösen Zugang für das Kontrastmittel legen. So, hatten Sie schon mal ein MRT? Nein, noch nicht. Ich erkläre Ihnen kurz die Risiken. Normalerweise durchläuft ein Patient einen gewissen klinischen Prozess, bis es zur richtigen Diagnose und auch Therapie kommt. Ein Patient stellt sich mit einer gewissen Verdachtsdiagnose vor. Meist wird dann eine Bildgebung durchgeführt, wie zum Beispiel ein CT oder ein MRT, was dann von uns, den Radiologen, befundet wird. Als junge Ärztin ist der klinische Alltag von verschiedenen Herausforderungen geprägt. Primär steht natürlich im Vordergrund, den Patienten die bestmögliche und schnellstmögliche Therapie zu ermöglichen. Ja, also die Herausforderungen der Radiologie sind sicherlich die, dass die Untersuchungszahlen immer mehr werden. Das heißt, wir müssen mit immer mehr Untersuchungen rechnen und auch in der gleichen Zeit immer mehr Untersuchungen befunden. Steigende PatientInnen zahlen bei gleichbleibender Anzahl an Ärztinnen. Ohne moderne Systeme also kaum denkbar. Also der Radiologe bekommt sogenannte Tools oder Werkzeuge an der Hand oder Anwendungen, die er verwenden kann, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Diese Tools werden oder sind vornehmlich digital. Die erste, würde ich sagen, Revolution gab es so vor 10, 15 Jahren, wo das PAX in die Welt der Radiologie gekommen ist. Das heißt, also PAX heißt Picture Archiving and Communication System. Das heißt, die Radiologen haben angefangen, alles am Computer zu befunden. Und nicht wie früher, wo man tatsächlich die Bilder ausgedruckt hat und dann an so Leuchtkästen aufgehängt hat, dann hat man einen schriftlichen Befund gemacht. Papier, Leuchtkästen, handschriftliche Befunde. Was in Zeiten von Computern und Algorithmen eher altmodisch klingt, war jahrelang gängiger Standard. Die Geschichte der Radiologie reicht zurück bis ins späte 19. Jahrhundert, als Wilhelm Konrad Röntgen die Röntgenstrahlen entdeckte und damit eine Revolution in der medizinischen Bildgebung einläutete. Seitdem haben sich die Technologien der radiologischen Diagnostik stetig weiterentwickelt. Angefangen von Röntgenaufnahmen über die Computertomographie bis hin zur Magnetresonanztomographie. Mit dem Fortschritt der digitalen Bildgebung und der stetig wachsenden Menge an medizinischen Daten begannen RadiologInnen, sich intensiver mit den Möglichkeiten der KI auseinanderzusetzen. Durch die Analyse großer Datensätze kann KI dazu beitragen, Muster und Anomalien in den Bildern zu erkennen, die für das menschliche Auge möglicherweise nicht sichtbar sind. Einer, der die Radiologie in den unterschiedlichsten Phasen erlebt hat, ist Bernd Hamm. Ich bin Leiter der Klinik für Radiologie an der Charité seit 1994 und durch die Fusion der verschiedenen Campi sind wir jetzt eine große Klinik für Radiologie, nämlich am Campus Mitte, Campus Virchow-Klinikum und mit dem Campus Benjamin Franklin. Bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern haben wir etwa 150, 160 Mitarbeiter. Das sind allerdings nicht nur alles Ärztinnen und Ärzte. Wir haben etwa 100, 110 Ärztinnen und Ärzte. Ansonsten haben wir auch Physiker, Chemiker, Tiermedizinerinnen, Informatiker und auch IT-Spezialisten. Es gibt natürlich mehrere Herausforderungen, gerade für die Ärztinnen und Ärzte. Das eine ist natürlich der rasante Zuwachs des Wissens. Das Wissen verdoppelt sich innerhalb von kürzester Zeit und so viele Bücher kann man gar nicht im Kopf haben. Ein rasanter Wissenszuwachs, immer mehr seltene Erkrankungen, die schwer zu lokalisieren sind und eine steigende Anzahl an PatientInnen. Klingt stressig. Wie empfinden junge RadiologInnen das? Neben der zeitlichen Arbeitsbelastung in der Ausbildung, also zum Beispiel Dienstschichten, Nachtschichten, muss man sich natürlich das medizinische und relevante technische Wissen aneignen, behalten. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir plötzlich exponiert sind mit selteneren oder komplexeren Erkrankungen. Insofern ist die Digitalisierung ein echtes Hilfswerk. Früher hat man vielleicht ein bisschen Angst gehabt vor künstlicher Intelligenz. Inzwischen registrieren wir, dass wir künstliche Intelligenz brauchen als Unterstützung. Denn, wie gesagt, das Wissen explodiert. KI als Hilfsmittel, als Speicher und Ordner unzähliger Bilder, Muster und Informationen vergangener Diagnoseverfahren. Klingt im ersten Moment so, als würden Diagnoseprozesse präziser und vor allem schneller verlaufen können. Stimmt das? Ich erinnere mich an eine Patientin, die, was nicht, elf MRTs hatte, bis dann endlich auch eine Biopsie gemacht werden konnte. Am Sehnerven, was auch sehr, sehr schwierig ist, kann man sich vorstellen, das möchte man auch nicht gleich machen. Und dass am anderen Ende der Welt ein Patient mit genau dem gleichen Problem da ist. Und weil es jetzt eben RadioEye gibt und weil bei dieser Patientin schon eine histologische Sicherung vorliegt, davon schon profitiert und die Diagnose jetzt nicht zwei Jahre dauert, sondern dass der eben schneller zu seiner Diagnose kommt. Das ist so die Vision am Ende. Die Vision einer KI, die mit einer riesigen Datenbank als drittes Auge fungiert, Prozesse beschleunigt und den praktizierenden RadiologInnen Arbeit abnimmt. Ersetzt die KI irgendwann also die Ärztinnen? Durch die KI wird der Arzt entlastet, kommt schneller zur richtigen Diagnose und hat somit auch mehr Zeit, sich effizient um seinen Patienten zu kümmern. Man sollte einem System wie der KI natürlich nie blind vertrauen, sondern es als zusätzliche Unterstützung sehen. Es ist ein sehr besonderes Anliegen für mich als junge Radiologin an RadioEye mitzuarbeiten, um den zukünftigen Ärzten in Weiterbildung ein Werkzeug an die Hand zu geben, was einen nutzerfreundlichen Zugriff zu einem breiten Spektrum von Krankheitsbildern erlaubt. Das Projekt RadioEye verfolge ich mit großem Interesse schon seit einiger Zeit. Vor allen Dingen, weil es nicht ein Produkt ist, was uns von außen präsentiert worden ist und sozusagen aus einer IT-Werkstatt quasi entstanden ist, sondern aus dem Clinical Need, aus dem täglichen Arbeiten entstanden ist. Was braucht man? Okay, also das dritte Auge, Datenbanken, KI, Entlastungen, steigende Präzision, alles entwickelt aus einem konkreten Clinical Need. Klingt erstmal vielversprechend, aber wie funktioniert RadioEye denn nun eigentlich genau? Unser Patient, den Niel vorhin vorgestellt hat, hat tatsächlich jetzt auch ein MRT bekommen und man sieht tatsächlich eine Raumforderung in seiner linken Augenhöhle, kann man hier gut erkennen. Im MRT haben wir immer verschiedene Sequenzen zur Hand, einmal ohne Kontrastmittel und dann auch mit Kontrastmittel und hier auf dieser Bildschirmseite sieht man auch ganz deutlich diese Raumforderung und ja, ein guter radiologischer Befund würde jetzt sagen, was ist das für eine Raumforderung, würde sich da auch versuchen festzulegen und nicht nur die Raumforderung beschreiben. Und das kann ganz schön schwer sein, wenn man jetzt auch nicht so oft vielleicht mit der Augenhöhle zu tun hat und das sind ja auch Gott sei Dank eher seltene oder atypische Krankheitsbilder, so eine Raumforderung in der Orbiter. Also ein, wie soll ich sagen, suboptimaler Befund würde jetzt tatsächlich diese Raumforderung beschreiben und eine ganze Reihe von Differenzialdiagnosen auflisten. Und wir haben jetzt RadioEye und mit einem Klick kann ich sozusagen in der Datenbank hier suchen, also ich brauche hier nur einmal raufklicken und kriege dann eine ganze Menge an ähnlichen Bildern angezeigt und kann mich dann hier so ein bisschen durchklicken und gucken, ah, sieht das hier bei diesem Patienten so aus wie in dieser Datenbank und ich sehe jetzt hier auch einen Patienten mit einer Raumforderung hinter dem Augapfel. In dem Fall ist es ein karbonöses Hämangiom oder so eine venöse Malformation. Sagt auch ein hoher Match ist hier gegeben. Also diese Bilder sind sehr ähnlich zu denen, die RadioEye für uns jetzt gefunden hat. Okay, wir wissen jetzt, wie RadioEye im klinischen Alltag funktioniert. Aber wie sieht es eigentlich mit den Daten und den KI-Algorithmen aus, sprich mit den technischen Herausforderungen? Wie ist die zugrunde liegende Funktionsweise? Wie arbeitet eine KI eigentlich, um die Ergebnisse zu liefern, die sie liefern soll? Und wer finanziert das Ganze? Wir treffen Laura Moritz. Sie ist im Business Lead bei RadioEye und gibt uns eine Einführung, wie man den Herausforderungen der medizinischen Bilddaten durch den Einsatz von Computer Vision begegnen kann. In der Radiologie beschäftigen wir uns größtenteils mit unstrukturierten Daten. Man entscheidet generell zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten. Strukturierte Daten liegen im standardisierten Format vor und Rechenoperationen sind leicht darauf anwendbar. Als Beispiel sehen wir hier Patientenstammdaten, wie zum Beispiel das Alter, die in einer Tabelle gespeichert werden. Unstrukturierte Daten dagegen können von herkömmlichen Algorithmen sehr schwer ausgewertet werden, da es sich hier beispielsweise um dreidimensionale Bilder von einem MRT handeln kann. Studien zeigen, dass 80 Prozent der Daten als unstrukturierte Daten vorliegen und sogar 90 Prozent davon im Kontext zu medizinischen Bildern stehen. Was genau sind strukturierte oder unstrukturierte Daten? Strukturierte Daten sind geordnet und organisiert. Sie werden normalerweise in Tabellen oder Datenbanken gespeichert. In strukturierten Daten gibt es eine klare Struktur und ein festes Format, das es leicht macht, die Daten zu verstehen und darauf zuzugreifen. Unstrukturierte Daten sind dagegen nicht in einer festen Struktur organisiert. Sie können in verschiedenen Formaten vorliegen, wie zum Beispiel Textdokumenten, E-Mails, Bildern, Videos oder sozialen Medien. Diese Daten sind oft schwer zu analysieren. Und Computer Vision kann uns also dabei helfen, diese unstrukturierten Daten nach Informationen zu untersuchen. Für die Analyse von unstrukturierten Daten und die Auswertung von Bildern hat Computer Vision in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Computer Vision ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz und nutzt künstliche neuronale Netze, also sehr komplexe, vielschichtige Algorithmen, die der Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachempfunden sind, um sich selbst beizubringen, Bilder zu verstehen. Oder einfach gesagt, wenn künstliche Intelligenz einem Computer das Denken ermöglicht, ermöglicht Computer Vision ihm das Sehen. An Computer Vision wird bereits seit den 50er Jahren geforscht. Die Verbreitung des Internets und der exponentielle Wachstum erschwinglicher Rechenleistung sowie die Weiterentwicklung von Grafikprozessoren haben in den letzten Jahren zu Durchbrüchen in der Bilderkennung geführt. Wir finden Computer Vision aber auch im Alltag. Auch wenn selbstfahrende Autos in Deutschland noch sich nach Zukunftsmusik anhören, sind sie beispielsweise in San Francisco mit Cruise Taxis bereits Realität. Computer Vision ist hier auch unabdinglich, damit die Autos ihre Umgebung erkennen und darauf reagieren können. Aber auch in Deutschland hat Computer Vision bereits Einzug in den Alltag erhalten. Wir kennen sie beispielsweise von der Gesichtserkennung beim iPhone. Okay, wir können die unstrukturierten Daten also mithilfe von Computer Vision besser analysieren und bekommen so eine besser handhabbare Ordnung, um die Datenflut in den Griff zu bekommen. Hierbei kommt die Softwareentwicklung ins Spiel. Denn jedes gute Produkt, jede Software muss ja irgendwann einmal programmiert werden. Gibt es da eigentlich Unterschiede bei der Entwicklung medizinischer und normaler Alltagssoftware? Wir fragen nach. Der Hauptunterschied von der Softwareentwicklung im medizinischen Bereich zu anderen Branchen ist schlicht und einfach das höhere Maß an Sorgfalt und Gründlichkeit, das man hier zutage legen muss. Der Grund sollte offensichtlich sein, es geht hier direkt um Applikationen, die die Behandlung von Patienten beeinflussen und damit einen direkten Einfluss auf das Wohl von Menschen haben kann. Im Radiologieumfeld speziell ist es auch noch wichtig, dass man sich mit den PAX-Systemen gut versteht. PAX-Systeme sind die Systeme, die Bilddaten aus MRT, CT und anderen bildgebenden Systemen entgegennehmen und verarbeiten. Sodass es für den Radiologen möglichst einfach ist, direkt sein Bild aus dem PAX-System in RadioEI nachzuschlagen. PAX, CT, MRT, KI und ML. Viele Begriffe, die wir schon klären konnten. Doch wo kommt die KI denn nun genau vor? Was für eine KI wird verwendet und worauf muss bei der Entwicklung geachtet werden? Mein Name ist Lorenz Rumberger und ich bin Doktorand in der Informatik an der Humboldt-Universität und ich arbeite an der Charité und am Max-Debrück-Zentrum für Molekularmedizin. Meine Forschung dreht sich um maschinelles Lernen und Anwendungen dafür in der Krebsforschung, beispielsweise um die Diagnose oder die Patientenversorgung zu verbessern. Maschinelles Lernen ist ein Teilbereich der KI-Forschung, der in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen hat. In den Nachrichten waren zum Beispiel Algorithmen wie AlphaFold, das die Proteinstrukturvorhersage verbessert hat. Oder sehr populär im Moment ist ChatGPT, das revolutioniert, wie Studierende ihre Hausarbeiten schreiben. Für diese Revolution verantwortlich sind meistens Algorithmen, die künstliche neuronale Netzwerke genannt werden. Neuronale Netze können jegliche Funktionen mit genug Daten beliebig genau annähern. Und was ich damit meine, versuche ich jetzt ein bisschen zu erklären. Die Funktion, die wir annähern wollen, die kriegt als Input diese radiologischen Bilddaten und produziert als Output einen Vektorraum. Also ich werfe sozusagen Bilder rein und bekomme für jedes Bild einen Vektor raus. Und dieser Vektorraum, der soll so strukturiert sein, dass Bilder, die ähnliche Pathologien zeigen, nah beieinander sind. Und während Bilder, die unterschiedliche Pathologien zeigen, im Vektorraum weit voneinander entfernt sein sollen. Wenn wir das neuronale Netz dann trainieren, dann lernt es diese Funktion anzunähern, die diese radiologischen Bilddaten auf diesen Vektoren abbildet. Und wir können das dann für die Bildsuche verwenden, weil dort die ähnlichen Pathologien oder die Bilder der ähnlichen Pathologien Cluster bilden. Und wir sozusagen dann einfach nur für Bilder, die neu reinkommen, zeigen können, das sind die Bilder, die jetzt sehr nah dran sind in diesem Vektorraum. Und das unseren Nutzer zeigen können. Auch wenn die Ärztinnschaft zuversichtlich der neuen Technologie entgegenblickt und der Nutzen klar erscheint, ist doch noch nicht alles geklärt. Wie ist das mit der ethischen Perspektive? Ist es wirklich richtig, fremde Daten von PatientInnen zu nutzen? Beziehungsweise woher bezieht die Charité ihre Daten? Die Datensätze, die wir beobachten, spiegeln nicht die Gesamtbevölkerung oder die Grundgesamtheit wider. Ein Beispiel dafür ist die Charité, wo wir mehr seltene und mehr schwere Erkrankungen beobachten können, weil andere Krankenhäuser ihre Patienten der Charité überweisen, die solche Erkrankungen haben. Das führt zwar zu einer statistischen Verzerrung der Daten, aber für uns ist es ein Vorteil, da wir von den seltenen Erkrankungen mehr Beobachtungen haben als die meisten anderen Krankenhäuser. Wir sind ja darauf angewiesen, dass wir möglichst viele Bilddaten für das Projekt bekommen, damit die Bildsuche wirklich gut funktioniert. Man kann sich das so vorstellen, umso mehr Bilddaten man hat, umso besser funktioniert das. Die Charité hat einen Haufen Daten, da sind wir sehr glücklich. Aber natürlich wollen wir auch Bilddaten aus anderen Zentren akquirieren, damit diese Bildsuche dann natürlich überall funktionieren kann und nicht nur in der Charité funktioniert. Jetzt sind wir gerade dabei, Bilddaten eben aus anderen europäischen Ländern einzusammeln, in Asien und den USA. Uns zugutekommt, dass es schon seit langen Jahren einen offenen Standard gibt, wie diese Daten gespeichert werden und welche Metadaten enthalten sind. Das ist der sogenannte DICOM-Standard und der wird eigentlich überall verwendet, sodass wir die Daten bekommen und dann sofort damit arbeiten können. Prinzipiell ist es so, dass die allermeisten Patienten, die hier in der Charité als Patienten reinkommen, gefragt werden, ob sie für solche Projekte, wissenschaftliche Projekte, auch ihr Einverständnis abgeben. Und die allermeisten Patienten geben das auch gerne ab. Also wenn man mit den Patienten darüber spricht, wie sie dazu stehen, sagen wirklich, ich würde sagen, 99 Prozent aller Patienten sind sogar glücklich, wenn sie mit ihren Bilddaten, die natürlich anonymisiert hier verwertet werden, also ohne Klarnamen oder irgendwelche anderen Metadaten, sind glücklich, wenn sie einem Patienten, der vielleicht dieselbe Erkrankung hat, helfen können, damit die Diagnose nicht so lange dauert. Insgesamt muss man sagen, zum Thema Datenschatz auch dieser Kliniken, Manchmal hat man das Gefühl, dass es fast unethisch ist, diese Daten einfach liegen zu lassen, nicht zu verwenden, wenn man das Gefühl hat, man kann damit zukünftigen Patienten auch helfen mit diesen Bilddaten. Die Anwendung künstlicher Intelligenz in der Bilderkennung stellt eine vielversprechende Entwicklung dar. Die Verwendung von KI ermöglicht eine verbesserte und präzisere Diagnose, besonders bei seltenen Erkrankungen, was letztendlich zu besseren Ergebnissen für die PatientInnen führt. Dies wiederum ermöglicht den RadiologInnen, ihre Zeit effizienter zu nutzen und sich auf andere wichtige Aspekte der PatientInnenversorgung zu konzentrieren. Es ist dabei wichtig zu betonen, dass die Implementierung von KI-Software in der Radiologie nicht nur die Arbeit der ÄrztInnen betrifft. Ein ganzes Team, bestehend aus MedizinerInnen, ProgrammiererInnen, Data Scientists und Business Development ExpertInnen, arbeitet eng zusammen, um diese Technologien erfolgreich einzuführen und stetig zu optimieren. Die ÄrztInnen werden nicht ersetzt, sondern erhalten ein wertvolles Werkzeug, um genauere und präzisere Diagnosen zu erstellen. Die Zukunft der KI-Software in der Radiologie verspricht weitere Fortschritte. Obwohl mit dieser Entwicklung oft Ängste und Bedenken verbunden sind, ist es wichtig zu betonen, dass KI-Technologien gut reguliert und ethisch verantwortungsvoll eingesetzt werden können. Wenn euch das Feld rund um KI-Anwendungen in der Medizin interessiert, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Als nächstes blicken wir zum Beispiel darauf, wie mithilfe einer App Stürze vermieden werden können oder wie mithilfe von künstlicher Intelligenz Schädeldeckenimplantate hergestellt werden.